Ruhrmauk! 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 In der nächsten Truppe, die Klasse 6 ist gestartet im Führer. Wieder trafen wir uns in den Pauli. Nummer 3. Die Klasse 5. 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 Den Klasse 5. Seid ruhig. Seid ruhig. Wir müssen Heinen lassen. Also in Führung jetzt Andreas Sumith mit seinem Allradgetriebenen BMW. Und dann an zweiter Stelle die 684. Ja, wir legen hier schon wieder eine Zweiradeinlage ein, der Jörg Hartfeld. Irgendwie muss man die Karre doch aufs Start kriegen. Vorhin mit dem Chorikiefer steht hier ein bisschen fest vor dem Schlag der Schikane. Sieht aus, als wenn er ein Lenkungsproblem hat. Schau mal, ich kack dir den Helm, Alter. Ich konnte auch nur eine Strecke da. Ich kann doch die Beine nur auf uns schieben, Alter. Vollgepischte Menschenhau, Alter. Das letzte Auto von Matthias Meier. Matthias Meier ist ja zum Rallycross gewechselt. Und jetzt ein Skoda Fabia. MK1 meine ich. Die 618 muss nur noch die Startgrade hier absolvieren. Und dann sieht es ganz gut aus für die Startaufstellung im Finale für Dirk Schneekloth. Wenn er dann es weiter stellt. Und dann sieht es wieder die Startaufstellung aus. König Juan wichtiger